Musik Für den erfolgreichen Unterricht ist es natürlich sehr wichtig, dass auch die Kolleginnen und Kollegen selber diese Funke der Biologie versprühen können, wobei man sagt, hinterher, das hat sich total gelohnt, bei dieser Vorlesung höre ich gerne zu, in diesem Praktikum bin ich motiviert worden und das macht letztendlich so ein Studium attraktiv. Musik Ich würde unglaublich gerne in die Forschung gehen, Was ich sehr schön fand, ist, dass ich hier zum Beispiel Meeresbiologie machen kann, obwohl hier überhaupt kein Meer in der Nähe ist. Ich mache mir viele Exkursionen in Wälder, Felder und lerne dabei die verschiedenen Tiere und Pflanzen kennen. Musik Für den erfolgreichen Unterricht ist es natürlich sehr wichtig, dass auch die Kolleginnen und Kollegen selber diese Funke der Biologie versprühen können, wobei man sagt, hinterher, das hat sich total gelohnt, bei dieser Vorlesung höre ich gerne zu, in diesem Praktikum bin ich motiviert worden und das macht letztendlich so ein Studium attraktiv. Musik Ich würde unglaublich gerne in die Forschung gehen. Was ich sehr schön fand, ist, dass ich hier zum Beispiel Meeresbiologie machen kann, obwohl hier überhaupt kein Meer in der Nähe ist. Ich mache mir viele Exkursionen in Wälder, Felder und lerne dabei die verschiedenen Tiere und Pflanzen kennen. Musik Für den erfolgreichen Unterricht ist es natürlich sehr wichtig, dass auch die Kolleginnen und Kollegen selber diese Funke der Biologie versprühen können, wobei man sagt, hinterher, das hat sich total gelohnt, bei dieser Vorlesung höre ich gerne zu, in diesem Praktikum bin ich motiviert worden und das macht letztendlich so ein Studium attraktiv. Musik Ich würde unglaublich gerne in die Forschung gehen. Was ich sehr schön fand, ist, dass ich hier zum Beispiel Meeresbiologie machen kann, obwohl hier überhaupt kein Meer in der Nähe ist. Ich mache mir viele Exkursionen in Wälder, Felder und lerne dabei die verschiedenen Tiere und Pflanzen kennen. Musik 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 Musik